Was geht ab YouTube? Mein Name ist Marvin und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von meinem neuen Interviewformat Tudible und heute begrüße ich bei mir Flair. Wie geht es dir, mein Bester? Was geht ab Marvin? Da würde ich jetzt bei äh, bei äh bei äh bei äh bei äh bei äh Bei Apple arbeiten? Okay, ich bin voll der krasse Entwickler. Okay, ich bin voll der krasse Entwickler. Yeah. 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 Taunerl. 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 Tauner 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 Ja, 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 ja. Ja. Was geht ab YouTube? Mein Name ist Marc.